Bevor wir nun zu unserem letzten Stück kommen, möchte ich noch ein paar Worte sagen. 15 Jahre Valissimo, das bedeutet jährlich bis zu 15 Auftritte zum Bachadvent, Frühlingskonzert, Weihnachtskonzerte, Hochzeiten, Geburtstag und so weiter. Auftritte sind immer purer Stress. Die Melodien und möglichst auch die Texte müssen genauso sitzen wie die Garderobe und um mit einem Lächeln. Um ein gutes Niveau zu halten, ist viel Übung nötig. So treffen wir uns jeden Sonntagabend zur Probe. Das heißt, immer zur ARD-Tatort oder ZDF-Liebesfilmzeit sitzen wir zusammen und proben. Und trotz dieser Unannehmlichkeit existiert der Chor nun schon seit 15 Jahren mit einem stabilen Tankstammpersonal. Dafür gibt es grob gesagt zwei Gründe. Erstens, Sie, liebes Publikum. Und zweitens, es macht einfach nur Spaß. Und zweitens, Sie, lieben Sie, lieben Sie, lieben Sie, lieben Sie, lieben Sie. Und zweitens, Sie, lieben Sie, lieben Sie, lieben Sie, lieben Sie, lieben Sie. Und zweitens, Sie, lieben Sie, lieben Sie, lieben Sie, lieben Sie, lieben Sie. Was immer kommen war. Was immer kommen war. Es bleibt mir die Erinnerung an einen schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön.